Hallöchen ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, ich möchte mich auch hier in diesem Part bei euch entschuldigen, bei Fallout 4 habe ich schon gemacht, dass jetzt so lange keine Parts mehr kamen, ich glaube drei Tage sind es jetzt hier oder zwei, das lag daran, dass eben jetzt gerade Herbst ist. Ja, der Herbst ist wohl, dass zwei Tage lang keine Parts kamen, weil meine Eltern haben eine kleine Heidelbeeranlage, wirklich nur klein, also ein paar Stöcke, 160 Stöcke, sowas haben wir und hört sich jetzt viel an, ist aber in Wirklichkeit wirklich, wirklich klein, aber es ist ein kleines Zugbrot für unsere Geldbörse über das Jahr gesehen und jetzt war eben der Herbst schnitt fällig. Und da haben wir jetzt eben, ja, den ganzen Tag dafür gebraucht, eigentlich streng gesehen sogar zwei und obendrein haben wir noch den, also unseren Asphalt bekommen für unseren Weg. Ja, drum war meine Zeit jetzt gerade ein bisschen, ja, kurz, zu kurz leider, um jetzt mess zu machen, aber dafür ist jetzt wieder Ruhe und jetzt darf ich wieder aufnehmen. Hurra, hurra, hurra. So, wo sind wir stehen geblieben, richtig, bei der Fußketten-Geschichte, ne? Wir haben jetzt noch Mahagon und Lili, die sie, glaube ich, benutzen dürfen. Mahagon haben wir jetzt im Lieben und bevor ich noch mehr Zeit vertrödel, werden wir gleich wieder kämpfen. Ja, leider, es tut mir leid, uns bleibt nichts anderes übrig, aber ich muss noch schnell kontrollieren. Hat, was, nicht, hat Bocki. Ah, mit Lili haben wir gemacht, genau, Entschuldigung, mit Lili fangen wir an. Genau, so war es. Angelegt hat sie die Fußkette, stimmt, mit Lili fangen wir an. Entschuldigung, Entschuldigung. Hab mich selbst gerade gefragt. Ich dachte, Mahagon hat mir gemeldet, aber jetzt haben wir uns doch wieder entschieden. Gut. Also, wir werden versuchen, so schnell es geht, die Fähigkeiten, die die Fußkette in der Lili gibt, so schnell zu klären und zu geben, dann dasselbe in Grün, Mahagon und dann werden wir auf alle Fälle schnell die Fußkette umschmieden zu dem einen Item, welches wir in den Tudeln zum Beispiel spielen können. Jo, weil die Schwarzmagier können wir da nicht, die sind ja nicht da. Es sind zwei Leute und die haben mit dem nichts zu tun. Also mit der Spielerei. Jo. Äh, warum habe ich das Spiel so auf Angriff gestellt? Weil ich die Trocken gerieben bin. Ja, Alex Steiner macht's schon. Dann wäre ich gut schon. Bravo Steiner. Gut gemacht. Sehr gut. So. Jetzt müssen wir jetzt leider Gottes ein bisschen, äh, ja, noch ein bisschen Monster klatschen. Es geht dabei nicht anders, aber wie gesagt, wir brauchen die Level-Ups, wir brauchen jedes einzelne verflickste Level-Up, bis wir mindestens Level 90 sind, weil, wie gesagt, mein persönliches großes Ziel, in diesem Display ist das vier, Gegner zu besiegen, die ich noch nie besiegt habe. Ich habe auch keine Ahnung, wo die sind, aber bis es soweit ist, weiß ich es. Ich weiß nur, dass wir Kuja auf keinen Fall besiegen müssen. Also, den Endgegner, mit dem Endgegner, den Endgegner wie weiss ich. Also, jetzt nicht schon, Und bis wir wirklich beim großen Finale sind, dauert es noch ein bisschen. Ich habe die Autos hier nicht besser auszustellen. Irgendwann. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Und weiter geht's. Wie gesagt, es tut mir sehr leid, dass wir jetzt da ein bisschen leveln müssen, aber wir müssen prinzipiell schnell auf öfters Platz kommen, wo wir leveln, wo wir Fähigkeiten lernen müssen, dürfen. Ja, also, es wird nicht das letzte Mal sein. Lili kann sich nicht konzentrieren. Genau. Das ist halt jetzt momentan das Negative, wenn man Lili kämpfen lässt. Ab und so schafft sie es wunderbar, ihre Takt durchzubringen. Klar ist es nicht bei der Sache, aber dann gibt es wieder ihre Trauerphase, ihre Lili-Phase. Einmal für Lili, einmal für Freya. Sehr schön. Level Up für beide. Die bekommen also die Fundkarte, Felixweder, Jadestein und einen ordentlichen Batzen gilt. Ja, also sie hat in ihrer Depri-Phase. In der Depri-Phase kann sie leider nicht kämpfen. Sie kann nicht heilen, nicht kämpfen, gar nichts. Da ist sie halt einfach nur traurig. Ja. Oh, jetzt kommen ganz schön viele Blümchen. Ja, Tübchen, rufen wir doch mal den Kuchen an. Jawohl, fährt so laut. Oh, das hat ausgeschaden. Ist gut. Eines dran, die Stürmer. Oh ja, der ist jetzt mehr so. Der verträgt aber auch, oder? 7.000, 8.000, so was rum. Mit mehr, 9 vielleicht. Ist das nicht. Sehr gut. Für drei AP-Punkte, das mal zwei, haben wir dann gleich sechse. Supi, war. Also ich dachte, ich habe aus Versehen, einen Sandwebelsturm benutzt. Oh, meine Nerven. Meine Nerven. Nur Angriffelein geht schon weiter. Zack. Noch kein Angriff. Ach so, verfehlt das sicher. Oh. Was verfehlt? Ja, der Hof. Aber die Freya riecht jetzt schon. So, das war's. Sauber. Intern hat sie lehrt. Und wo, 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 steuert im Labbereich? Supi. Lintern. Ich glaube, Lintern war schon so eine Fußfessel-Krankheit. Äh, ich meine, äh, Fähigkeit. Äh, nein. Da. So. Sie ist fertig. Ja, sie ist fertig. Äh, 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 das war jetzt, äh, unerwartet. Merkt man das? Das war jetzt echt unerwartet. Wartet mal, was geben wir ihr denn jetzt? Hat sie nicht irgendwas angefangen gehabt? Und, na, das heißt, sie kann eigentlich, ich kann schon was geben, dass sie eine neue, äh, ja, Pestier oder so erlernt. Ähm, ich würde sagen, ich wäre für, ja, ich bin so ein Odin-Fan. Bäh. Jetzt werden wir zum Schiff zurück. Es tut mir jetzt echt leid, dass wir jetzt voll verpennt. Äh, ja. Dass es jetzt so schnell ging. Das soll keine Beschwerde sein, aber ich habe es einfach wieder mal so richtig schön versemmelt. Hört man das Gebiepse vom Handy eigentlich? Nein, ja, tut es mir leid. Du, Handy, du Gebiepse. Handy, du Gebiepse. Handy, du Gebiepse. Meine Rechnung ist da. Wie schaut's denn aus? Hä, kämpfe mir nicht schlecht. So. Also, Angrifferei. So, ich setze mir keine Donnerbacken ein, weil dann hält sich dieser Misskerl noch. Das brauchen wir sicher noch. Jo. Papa. Sehr gut. Wah. Äh, Entschuldigung. Einen Moment bitte. Kurz Pause. Gut. So. Und zum Schiff. Schiff. Pflixt. Mist, ich dachte, das geht sich aus. So, wir hatten jetzt, glaube ich, sieben Minuten, ne? Hatten wir jetzt schon. Oh, hinterhalt auch noch. Ich habe vergessen, die zu heilen. Das ist natürlich jetzt doof. Das ist jetzt ganz, ganz doof. Ähm. Ich glaube, da kriegst du noch. Ich glaube, da kriegst du noch. Ich glaube, das geht nicht gut. Ich glaube, das geht nicht gut. Vielleicht kann ich sicher noch gegenheilen, aber ich glaube, da steht noch zu unter dem Feuer. So. Ich würde sagen, ein Zelt wäre nicht schlecht, oder? Wir haben eh so viel von dem Zeug. Und außerdem haben wir so viel Geld. Da können wir wieder 20.000 kaufen. Ich weiß, es geht nur bis 99, aber... So. Nichts sonst. Danke. Aber man kann ja mal ein bisschen übertreiben. So. Also. Servus. Äh, falscher Knopf. Super, was mache ich denn? So. Da. Und jetzt war, glaube ich, B. Na? Da. V war's. Ja. So. Ich will bitte meine Gruppe neu zusammenstellen. Ich möchte Mahagon mitnehmen. Lilly, es war mir in die Erde. Mahagon. Quina und Vivi kommen die Fußkette nicht neben. Nein. Das passt schon so. So. Dann noch die Items. Der Elfenohrin kommt weg. Und stattdessen kommt ihm die Fußkette. Er ist der einzige Mann übrigens, der die Fußkette tragen kann. Äh. Er scheint also auf Schmuck zu stehen. Der Maga. Ja. Nein. Ich mag Schmuck. Schmuck auch so schön. Mhm. Das ist der Hinterwärtses. Kristallanreifen. Da, 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 da. Da geht einiges. Holler, die Waldfee. Schakra. 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 Das warst. Super. Das nehmen wir doch gleich mit. Äh. Plank. Lass mich bitte wieder raus. Raus. Du musst raus hier. So. Na. So. Merci. Äh. Pff. Äh. Da geht's. Warte. Fehler gemacht. Äh. Ability. Kannst du schon. Äh. Nichts benutzen. Da anliegen. Kannst du schon. Level Up hat er. Autotausch kommt weg. Er hat kein Ability ab. Und das ist schlecht. Und das ist sehr schlecht. Das heißt. Anliegen. Wir müssen schauen, dass du Ability abbekommst. Wie. Warte. Was. Ein bisschen stärker noch. Schakra. Almosen. Äh. Das wäre die Licht. Kannst du hier für irgendeine Art und Weise. Na. Das wird sich ja nur mit. Oh. Das wird sich über. Als du jetzt auf unten klinge. Im aller schlimmsten Fall. Kannst du überhaupt noch nicht. Flo. Schau das aus. Jetzt hier. Egendwo. Gift. Und alle Adrenalin. Aber guck. Irgendwo Ability ab. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Keine Ability ab. Keine Ability ab. Das ist natürlich jetzt Mitter. Da brauchen wir jetzt lang. Ich meine der Konter ist wurscht. Den Konter haben wir hier. Aber wir haben jetzt. Warte mal. Insgesamt. Ich habe drei Sachen. Die Konter. Konter. Äh. Ich habe drei Sachen. Ich habe drei Sachen. Das kann eigentlich das Lieber. Regeneriert die HB. Das Zielobjekt. Ist das denn der Fall? Nein. Die fügt um Tod. Nimm jetzt eine Chance. Und um Träbchen fliegenden Monstern. Haben wir keine glaube ich. Nein. Wiggo. 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 Kann man kämpfen. Tut mir leid, das dauert jetzt länger. Das ist jetzt blöd, dass der kein Ability ab hat. Das ist richtig doof. Da brauchen wir jetzt den Rest des Parts locker. Das ist nicht doof. So ein scheißes Dreck, sagt er nicht mehr. So ein scheißes Dreck. So ein Dreck, sagt er nicht mehr. Spinneln. Fasst. Super. Super, aber immerhin drei AP-Buchte, das ist schon mal was wert. Und wir müssen uns heilen. Die gute Freya hat was abbekommen. Voll auf die 12, ich hab's genau gesehen. Boah, kann da irgendwer heilen? Na, da muss ich mit High Portions arbeiten. Das muss passen. So, und weiter geht's. Ich werde einfach mal kreiseln. Das ist echt doof, dass ich... Was haben wir da gebraucht? Zauberkürers? Zauberkürers ist, glaube ich, noch kurz. Ich hatte, glaube ich, nur einen. Ich hatte keinen zweiten mehr, um den Freya-Fuß-Kette zu basteln. Jetzt sind wir da leider in der Zeit, in der Natur, ja. Aber, äh, das geht ja. Oh, wie kriegt das hin? Oh, der hat mich vergiften, wilde Schwein. Das ist Schwein. Was, der erste Kleefer ist hin? Ich hoffe, ich habe mal eine Schale bekommen. Ich hoffe, er nimmt dir das ab. Ich hoffe, er nimmt mich auf den Weg. Ich hoffe, ich werde nicht auf den Weg gehen. Ich hoffe, er nimmt mich auf den Weg. Ich hoffe, ich schaffe. dann haben wir das nächste der speise exorzismus Adrenalin und ich würde sagen wir haben die Güterspeise so ich fühle sogar dass wir so ein großes Pech haben das wird leider kommen bis jetzt im nächsten Mal mit Margot fertig sein werden das wäre natürlich sehr bitter aber da kann man noch nichts machen Boah, ist nie ja ich werde nicht nur sauber im Gebet und weiter gehts Boah, wir haben schon über 100.000 GIL echt wahr Burschtung geschaut ja, das ist also die Zwiebel in Gelb aber das passt also wir können gar nicht zu zu wenig Geld haben weil, soweit ich mich noch erinnern kann ich glaube, dass es geht Später kriegen wir eine Möglichkeit die gesamte Welt nach Kiel zu bereisen und das ist einfach weil wir die große in diesem Spiel besiegen also in diesem Spiel besiegen also in diesem Spiel besiegen und da war auch das Öl wenn man wieder beim Optionshaus vorbeischaut und man da nicht irgendwas bekommt ob ich die Stelitias fertig bin weiß ich nicht das habe ich keine Ahnung das habe ich keine Ahnung ob ich die wirklich alle kriege wuuh 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 schlert Leber ab eigentlich zu bie und Mahagon kriegt am Zahnfleisch daher ähm nah, nichts anlegen Items da das muss reichen das war ich freue mich noch schon auf so einem Kind auf schluss wum 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 Attacke! Weil ich kaste dir was! Du dreckst dich! Dann würde ich sagen, schon! Da steigst du so schnell! Ist zum Glück eh nicht viel, aber... Mondstein! Bravo! Bravo! Gut gemacht! Hallo! Der Thermometer hat den Steiner erlernen. Willkommen! Ja, den Stein und ein bisschen Geld. Was können wir dir denn nun ankleiden? Herr Steiner? Ähm... Geht's morgen? Kommt ganz weg? Mach mal gleich hier rein, oder? Ich bin schon. Bam 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 bam! Was? Ich denke immer, ich bin der Tige ausversehend in Eberstunden. Also, denn Eberstunden sag ich mir, wie sie mit diesem, ähm, um Treibsanzen. So und alles. Sag ich dir, Eberstunden! Ich bin der Tige ausgerissen! Was? Wie ein Tige ausgerissen... Wie weiß es schon? Wie kann ich mich nicht ankommen spielen? Wenn ich in den Tige ausgesprungen ausgerissen habe, Wie ist es denn, wir haben einen Tige ausgerissen? Was ist denn? Ja, wir haben eine Tige ausgerissen! Wie sieht das ausgerissen ausgerissen? Ja, ist der Bart auch schon da bald vorbei? Ach, herrje. Warte, 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 warte. Na, du Fühlchen. Wenn ich so weiter mache, ist bald die ganze Sippe von denen ausgerottet. Oh, das könnte jetzt so, das könnte so irgendwie sein. Ja, hat sie da eine auch noch? Ja, prima! Ja, das, so muss das ausschauen. So muss das ausschauen. Immer hast. Fast, ich will ja etwas erlernt. Das heißt, nachgübschen, anlegen, ob die Gute noch etwas anderes anlegen möchte. Das heißt, das ist ein ganz schönes. Da. Thermometer. Vom Elfenverrohring. Da. 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 Es ist echt ärgerlich, dass der Mahagon kein Ecke durch die abkommt. Da. 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 Das ist echt fiesig. Strudel Im Strudel des Apfels Bestand der Apfelstrudel Pfalz Zimt Mosin Butter Oh Eigentlich eines climbed Toll It does It's time to go It is time to get To do Was? Was zum Teufel hast du denn jetzt Tolles erlernt, mein Schnulli? Äh, wir brauchen nur mehr 10 Gegner, so was glaub ich. Dann sind wir hier auch schon befreit. Was dann kannst du hier? Flattenpanzer Exorzismus lernen. Das Gleiche haben wir's geschafft. Warte, 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 warte. Vergess' steiner Helle, scheiben weg. Was macht das hier Sand, wie du stürmst? Oh, bracht das? Warte, 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 warte. Zack. Kabouche. Jetzt. Und fertig gesagt. Wow. Die Wübchen sind heute echt dankbar, muss man schon sagen. Wow. Uh, uh, uh. Frey hat Level Up erreicht, Entschuldigung. Das war viel zu schnell. Ich glaub 33 hat's jetzt auch. Ja, die Steine und ein bisschen Gildhammer erhalten. Das war jetzt ein bisschen zu schnell, damit hab ich grad nicht gerechnet. Äh, ich wollte Steine erhellen, genau. Ja, richtig. Danke fürs Erinnern. Bibi. So, Steine. Boah, der hat auch schon ordentlich Leben. Bist du, Mensch. Steine. Boah, der hat auch schon geklärt. Ich kann nicht mal die Schreie probieren. Äh, die so ihre Fähigkeiten können. Na, das Tragen ist echt warm. Ja. Und Tragen ist mit ihr, ja, wenn ich zum Beispiel habe. Das wirkt ja. Zeilbar dagegen. Ja, das ist der Gegner. Wo? Immerhin? Boah? Man hat sich auch gleich stummiert. Ist so schön. Drei wie ... Da kommt mir auf die Busch. Ja, aus ist mit ihr. Ja, passt. Schön. Und der Nächste. Nur zuerst wieder mal heilen. Dreckverdammter. Das muss reichen. So, und weiter weiter weiter. Ich sehe mir so zuerst aus. Für das Fähigkeiten-Level sind wir mit dem Abstand vor uns. Wir machen die Fähigkeiten. Zum Fähigkeitsleck sind sie mit dem Abstand wichtig. Wollte ich sagen. Kommt, komm, komm. Wir sind mit dem Abstand. Wir sind mit dem Abstand. Es geht schon ab. Zack. Ja, Geld und Leben und Freude auserlernt. Das habe ich gar nicht mehr geschafft zu lesen. Ja, den Stein. Hei-Poschen und ein bisschen Geld. Wir sind echt reich. Wir sind so reich. Wir stinken schon fast danach. So viel lauter reich sein. Anlegen. Äh, Bahakon. Ich glaube, du bist hier warmreif. Hab ich auch nie mehr nachkontrolliert. Hau den Lukas. Wow, das sind gleich 5 Mitgliedern. Das war's. Und dann wurde Freya. Öff, ich glaube hier, ne. Tempometer war das. Sie bekommt jetzt den Schwarzenwut. Jetzt macht sie einen auf Karate. Wisch zu sehen. Jetzt haut sie die Gegner um wie nix. Bararam. 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 Barabararam. Ich glaube, so und die 3 Minuten haben wir noch, da ist der Tag zu Ende. Ja. Wenn jetzt ein bisschen kürzer sein soll, tut's mir leid. Wenn wir aufgeschütteln. In der Unterbrechung vorhin. Wie kann vor 7 Minuten kommen werden? Ich hab mir schnell hingeschaut und nichts aufgeschüttet. Das glaube ich. Ja. Ich hab mich gebrochen. Schlau sein. Ja. Inhand der Frauen generell. Dann kriegen wir schon mit der Geburt mit. Ja. Und ich seh schon, wenn man Schluss macht für heute, ist auf jeden Fall ein Cent fällig. Exorzismus und Hochobstand. Level abbereitet. Sitz 34. Level alt. Ein Jahr ist dein Heimwo schon ein bisschen Geld haben wir bekommen. Das heißt, wieder Unkleidung. Ich könnte dir echt schon mal so eine Unkleidekabine oder so aufstellen. Das könnte ich dir noch geben, was du nicht schon hast oder kannst. Ich glaube, hey, wir sind jetzt hier gut. Das haben wir ja schon alles bei dir mehrmals. Obala. Mehrmals durchgeschaut. Da ist ja dort die Hose. Schwarzgurt brauchst noch ein bisschen. Die gute Freya kriegt mal was zum Teilen. So. Das muss reichen. Ja. Kommt vielleicht noch. So. Passt. 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 Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und dreimal noch im Kreis herum. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Da nalala. Ich denke, einen oder zwei Kämpfe noch. Hat sich das hatte. Also den Geruch, du schälst jetzt noch mehr aus. Und dann hab dich schon geschafft schon wieder. Ich weiß, das ist gerade alles andere spannend. Aber das sind Sachen, die zugegeben haben, die das Spiel dazu geben müssen, wenn ihr ein Wettbewerb verankommen wollt. Und sie da rein. Neun, ja. Wir haben ein Wettbewerb. Und, sagst du? Ja. Dann sind wir wieder weg. Ja. Okay. Ich glaub, dann häls ich doch noch kein zweiter Kampel. Hier. Ich halte jetzt nämlich dann. Unbedingt. Und auf jeden Fall. Das Zeltraum. Ja, so. Aber mal, wie das keiner der Kampel braucht. So. Das ist doch eine Frechheit. Die Steine ist gar dick. War eh schon klar. Ich muss mich angewöhnen, der ja muss. Zaubermitte. Das muss ich mir dringendlich angewöhnen. Verfilmt. Ja. Ich verstehe immer noch nicht. Ich verstehe immer noch nicht. Wer weiß nicht? Wer weiß nicht? Wer weiß nicht? Wer kriegt sie? Ja. Ja. Ich hab freilich gesehen. Ja. 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 Das ist echt. Was weißt? Wir gehen heilen. Uns heilt, das du bezählt. So. Pack. Dann wir denn den Part für heute. Mit Speichern. Ja bitte. Mit Speichern. Jawoll. Das ist sehr nett. So. Wir möchten gerne Speichel. Und zwar dorthin Speicheln. So. Die Speicheln. Na gut. Ich weiß, wie ich gesagt, es ist nicht sehr Abenteuerl. euer Lastik jetzt momentan, aber wie gesagt, das sind Dinge, die muss ich jetzt leider ein bisschen machen. Sonst werden wir bald bei den Gegenden dumm aus der Wäsche schauen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!